Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer, ich bin's für euer Generation Gamma G6 und endlich nun ist sie hier bei mir angekommen. Die Collectors Edition von Rocket League. Endlich nun auch auf einer Cartridge erhältlich in der Handelnsversion. Ich war ja am überlegen, ob ich mir die digitale Version kaufen soll, aber ich bin ja so ein Sammler und von daher bei mir müssen die meisten Spiele eigentlich immer in der Vitrine stehen. Oder ist sie nun? Rocket League Collectors Edition mit dem neuen Inhalt, The Flash. Wahrscheinlich neue Designs für die Fahrzeuge. Werde ich mal ausprobieren und da unten sehen wir auch zum Beispiel eine kleine Besonderheit, die es nur auf der Nintendo Switch gibt. Ich versuche euch das jetzt hier mal kurz scharf zu stellen. Da sehen wir das Battle Cars and Items. Mario-Luigi Design. Ich glaube von Samus. Samus Aran aus Metroid. Das Raumschiff als Fahrzeug ist auch mit dabei. Da haben wir den Bonus-Inhalt der Collectors Edition. DLC Packet Super Sonic Fury. Dann Revenge of the Battle Cars ist auch als DLC mit dabei. Der Chaos Run. Vier zusätzliche Battle Cars. Das ist übrigens das, was ich gerade gesagt habe. Diese Mario und Luigi und diese Nintendo eigenen Autos. Eine Sammler Edition bzw. ein limitierter Kunstdruck. Das ist wahrscheinlich wieder diese Sammelkarte. Ich hatte ja schon in der Playstation 4 Version eine. Vier Spieler können im TV-Modus. Zwei Spieler im Tabletop-Modus. Pro Controller. Und ja. Ein In-Game-Shop gibt es auch. Da kann man dann wieder reales Geld loswerden. Ist ja momentan aktuell in der Videospielbranche ein sehr heikles Thema. Bei Rocket League vielleicht etwas weniger. Ja so. Hier haben wir gleich mal die Codes für die DLC. Könnt ihr euch gerne mitschreiben. Könnt ihr probieren. Dürftet eigentlich keinen Erfolg haben. Denn wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich die bereits schon alle eingelöst. Und daher sollte es euch eigentlich nichts bringen. Trotzdem lustig, dass wir hier eine Menge an DLCs mit dabei haben. Freue ich mich natürlich. Und da haben wir sie übrigens. Die Hochglanz-Sammelkarte bzw. den Sammeldruck. Ich versuche das hier im Licht mal so ein bisschen einzufangen, damit ihr das mal so ein bisschen sehen könnt. Ist ein nettes kleines Gimmick. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Zumal ich sie jetzt zweimal habe. Collectors Edition Print. Aber trotzdem. Immer wieder eine nette Geschichte. Warum nicht? Liegt ja mehr oder weniger kostenlos bei. So. Und dann haben wir natürlich noch die Cartridge. Um die es sich eigentlich dreht. Ja. Recht unspektakulär. Das ganz normale Rocket League Cover. In Miniatur. Da haben wir es. Und ja. Ich bin schon sehr gespannt. Und einige sind ja schon sehr begeistert unterwegs auf der Nintendo Switch. Zocken Rocket League überall. Und ich hatte es schon auf der PC, äh PC sag ich schon. Auf der Playstation. Auf der Playstation 4. Und da existieren ja auch schon einige Videos hier in meinem YouTube-Kanal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da in Zukunft für die Nintendo Switch noch das ein oder andere Video dazukommen wird. Und ja. Die Collectors Edition. Nun ist sie endlich hier. Ich werde sie gleich mal reinschmeißen in meine Switch. Und dann ein paar Runden zocken. Vielleicht sehen wir uns ja sogar mal online. Das kann auch durchaus passieren. Für heute soll es das auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.